Musik Gehen wir davon aus, dass er nicht mehr gut ist. Das klären wir auch. Dann machen wir es so, bravo da hin, Charlie da hin und dann schön breite Linie bilden. Ja, weit östlich. Haben wir doch schon. Direkt am Fahrzeug, da haben wir noch Notfallmonie. Das erste, was ich immer mache, ist Rallye sitzen, wenn ich einen Lodge habe und irgendwo aussteige. Man weiß nämlich, ob Feind da ist. Zum Glück hat sich das nicht geändert. Wahrscheinlich geht es bald ein Rallye mit Mickey Mouse Sounds für 3,99. In Kooperation mit Disney. Da freut sich die Maus. Schön auf, kleine Jungs. Einfach mal drüber laufen, gucken, ob ihr irgendwas seht. Da ist eine Feind-Hub. Wir haben Feind-Hub gefunden. Guck mal Jungs, es hat sich schon gelohnt. Wir haben eine Feind-Hub gefunden. Wir haben Feind-Kontakt Nord. Zusammenziehen Jungs, da ist die Hub. Direkt auf Movemark. Wir, beim Movemark. So Jungs, dann schauf mal die Hub weg. Kontakt zum Radio. Negativ, aber die Hub ist halt hier. Auf Movemark. Markierung kommt. Blockiert mal die Hub, da runter schaufeln. Oh, Schützfenzen. Got you? Nee, das war ich. War das bei mir 20 Sekunden per Marker? Nichts, nichts. Ich bin heute auch wieder blau, ey. Wir haben uns da gerade davon gehabt, ey. Zu viel Spaß, sonst sagt, machst du Fehler. Kannst zurück zur Hub laufen. Jinn-Ezek, kannst du bitte die Hub? Der Emi-Hub? Es ist direkt nach Nord. Ja, ja. Geh raus die Schubel. Es ist direkt nach 300 Grad oder Nord-West. Ah, du kannst Deutsch sprechen. Oh, sorry. Die Hub muss eine Stufe runter. Hier, die da. Ja. Ja. Der Gegner konnte nachspawnen. Wie konnte der Gegner nachspawnen? Ich stelle mal keine Fragen. Warum einen fail? Ah, ja. Pass auf, da ist ein Feind, der hier Svensen. Denk dran, die Gegner können gleich nachspawnen. Ich hab noch nicht das Feuer eröffnet, dass ich nicht eins fliegen kann. Ach, vielleicht kannst du bei dir. Die Huben da abbuddeln und dann auch in die Defense gehen. Spawn ist geblockt. Merci. Okay, schaufeln die Stufe runter, Jungs. Und dann Radio suchen. Gegner hier noch. Könnten die das überleben? Hm. Okay, nochmal respawnen, Jungs. Wir müssen das Radio finden. Ja, also sobald ihr auf Gussleiter ist, wenn ihr jetzt ein Plaster bekommen würdet. Dann dauert noch mehr Minuten. Dann gehen wir direkt das Radio suchen. Bravo ist Bravo. Und Charlie ist nach Charlie. Radio finden. Genau, nächste respawn 40. Radio suchen. Dion, du brauchst noch ein Kit. Guck mal, du kannst im Auswahlmenü den Kit holen. Dion, you need a Kit for your class. Just take a Kit and maybe play the tutorial. Dion, do you have a mic? Mic check. Leon, hallo. No reaction. There's a reaction. Bye bye. Die lernen sie auch nie, oder? Da gibt's so ein schönes Tutorial, was man spielen kann. Tja, der ist einfach zu gut fürs Tutorial. Das ist nur für Noobs. Suchen wir mal direkt das Radio, Jungs. Die Hub-Tag kriegen wir doch da. Okay, unser komplettes Team auf der Defense verliert die Defense. Kümmert uns erstmal nicht. Wir brauchen das Radio, Jungs. Ansonsten müssen wir die Hub ne Stufe runter schaufeln. Warten wir mal kurz, bis wir alle zusammen sind. Dann schaufeln wir die Hub kurz ne Stufe runter. Dann könnt ihr rausgehen, Radio suchen. Dann müssen wir Richtung Objective. Komm auf geht's. Richtung Hub. Schnell blockieren, Dach weg schaufeln. Minus, Minus. Und Dach weg schaufeln. Schickt die Leute auf die Fläche. Wir haben noch Gegner seitlich. Wir haben hier so viele Gegner. Achtung, wir haben noch einen Gegner als Charlie. Kannste aufgeben aus die Maut. Minus. 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 Hallo Radier-Taube. Ist der Wegitheater der Kommando? Warum sind so viele bei uns und von denen fehlen die im Angriff unter Def? Ich stell keine Fragen. Sehr schön. Jetzt müssen wir Radier finden. Respawn. Toto Respawn. Da vorne liegt noch nen Gegner. Lag ein Gegner. Sorry nochmal wegen dem Teamkip Ich habe nur deinen Helm gesehen Und irgendwie hat es mir keinen Marker gegeben Oh, hier liegt noch ein MG Pass auf, MG auf Movemark Genau, da ist ein MG auf Movemark Jungs, das ist das einzige, was der Feind noch hat Ist das akkurat? Ne, ich habe ihn nicht gesehen Ich vermute ihn da Das war sehr close Aber die Richtung stimmt Lass dir einfach Zeit Können Sie sagen, ihr könnt auch mit rein spawnen? Neu, braucht ihr da unten Hilfe oder kriegt die Hub da weg? Aktuell haben wir die Hub unter Kontrolle Das ist halt nur noch ein Feind, der da sitzt Da war aber ein komplettes Full Squad Warum auch immer Hier, kannst du erst mal den Bereich dort sichern? Wir wollen deine Hub hochziehen in der Nähe Dass du dich da irgendwie erstmal einpflanzt Vier Wiederholen, nochmal Was hast du denn? Weil einer hat geschrien Verstanden Oh ne Ja, der liegt da noch Okay, das heißt, ihr respawn Logi fährt auch weg hier Pass auf da, Kokosus Gegner will die Hub wieder aufschaufeln auf Movemark Das hat Priorität Geh da hin, mach kaputt Verstärkung kommt in 30 Go there, 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 there It's stage 2 Keep it down stage 2 There's just one MG left One MG Slang on mark So be aware Just scamp the Hub Don't let the DUB grow up to T3 The roof needs to stay down Just watch the point Just watch the point Interesse nachspawn, hey Mishi Kommen sie rein, da ist ne freie Hub, da gibt's 20 Tickets für uns Und nicht nachfragen, warum das Radio schon weg ist, äh, nicht weg ist oder warum wir den Angriff und die Verteidigung verloren haben, wenn wir uns ein Squad ist Flirt von Norden Ach, schätze die Ertrag Genau, nächstes Rallye nachspawn Dann suchen wir das Radio Müssen gucken, dass die Hub auch offline bleibt, sonst spawnen die dann nochmal rein Ich suche schon mal das Radio, guckt ihr, dass die Hub stage 2 bleibt Genau, das Dach ist schon weg, die ist der Edge 2 gewesen Wenn alle Feinden tot, dann suchen wir ein Radio Nee, nee, lass einfach das Dach da und dann raussperren und Radio suchen Guckt mal auf die Karte, Jungs, da seht ihr den Umkreis, der gelbe Marker innerhalb des gelben Markers muss das Radio sein vom Feind Ich lauf grad mal den äußeren Rand ab Warum eigentlich nicht ganz abbauen? Äh, weil sonst der Feind theoretisch eine neue bauen könnte Ah, verstehe Genau, weil wenn die 600 Building Points da haben, dann tust du dem Feind quasi einen Gefallen Und dann können wir das abbauen und dann beim Rallye, wenn er einen Rallye hätte, könnte das dann wieder aufbauen Und dann wäre wieder Verstärkung da Ja Also außen scheint es nicht zu sein Ja Such mal den näheren Bereich ab Radio, wisst ihr wie ein Radio klingt Macht alle paar Sekunden so Geräusche Muss ein Radio finden Hier ist nicht Was ist da? Was haben wir? Ja Ich bin hier neulich Hier muss ich zurückziehen Ja, nicht dass er das abschaufelt Such mal das Radio, hey Rambo Wollen wir mal rein spawnen am Rallye, wir suchen das Radio Für die HP Für die HP Der MG ist wieder aufgetaucht Damit gehe ich davon aus, dass das Radio da auf ist Copy Pass auf, der MG da liegt ja immer ganz gespannt und wartet Ne, was freie Klassen war Klasse Aber denkt dann, wenn wir Fahrzeugkontakte oder so haben und wechseln könnten Ja Zur Not aus der Hüfte Ja, wie gesagt, eine Rakete haben wir auf jeden Fall Okay, das reicht dann Wir müssen doch mal ein langsameres Radio finden, weil es schlecht Geht, wir haben ein bisschen weiter rein Ja, schieß einfach mal hin Ja, schieß einfach mal hin Drei von hinten zuerst, dann kann eins drauf Du musst Bock machen, weil die können sie nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich muss mal recht nah haben hier, bitte Dann lass ich das lieber Jo, bitte Okay Hab das MG Copy Der liegt auf dem Radio, wir können schaufeln Sehr schön Dann rade weg Sehr schön Ist auch lieb Sehr schön Alter, der hat zwei, zwei Sehr schön, Jungs Dann kommen wir wieder zum Lodgy zurück Rainbow kannst den Lodgy zu uns bringen Dann suchen wir mal die nächsten Radios Fahren wir mal hier hin Suchen da die nächsten Radios Wir cappen, wir cappen Komm mal Komm runter Machen wir das dann gleich so und rallye geht's dann auf Movemark Ein bisschen und nicht über Fahrzeuge drin Schalt Machen wir mal ein bisschen Und nicht über Fahrzeuge drin Schalt Machen wir Südlich eins Fahrt auf Movemark Und dann bravo nach bravo Charlie nach Charlie Könnte Lodgy oder Skogcar sein Ich geb Gas, bevor die Feinde da eine Defense aufbauen könnten Weil wir cappen gerade Das heißt, wir kriegen ordentlich Kontakte Ja 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 Schlimmsten Fall gehen wir halt drauf Weil wir haben ja einen Rallye bergab Drei Habt ihr den Feinde bitte raus? Ja 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 Man hat abgestellt Auf Istnur Reink Okay Und hier weißt du wann man nach wachsen wird? Ich hab noch zu viel Funk Ja Sehr gut So jetzt Was meinste? Ja Wof weißt du wann was man nach wachsen wird? Wenn man sich über einen Staubsauger freut So wie Officer Doofy Oh ja der freut sich besonders Doofy Der Typ aus Scary Movie beziehungsweise American Pie ich glaub du bist zu jung dafür da war Scary Movie schon nicht mehr bekannt und scheiße ja die Filme sind verdammt schlecht gealtert ja da war viel zu viel Rassismus dran ja das Problem ist die sind nicht gealtert nicht gut ja das ist glaube ich gut voll an alle ja ja Copy Fop bei Rimbo da H blockieren gleiches Spiel wie vorher wir nehmen die Gegner HUB auf deren Defense raus ich hoffe ich hab sie es jetzt diesmal Copy Copy dann einer schaufelt Restreck verteilt euch hier schön Jungs decken decken ihr könnt auch auf die HUB hoch oben ist das Licht oben ist das Licht also zwei Feinten WTs sind ja noch auf Militär aber ich nehm den Gastank hier der ist geil dachte ich auch da kannst du auch noch mit da auf machen wir den menschliche Pyramide wie ein Counter-Strike so dann Escape vom Tarkov an dem Exit ich komm doch hier hier rein ich denke an es gibt noch einen Hintereingang hier der muss auch gedeckt werden Piranha machen wir einen Creation Marker bitte ist doch schon da DMT akkurat kennst mich doch hier das gefühlt haben wir so die haben die Military Housing das Radio runter die gehen alle suchen copy ich bleib hier geht alle raussuchen ja schaut Richtung 7 Die BMP bewegt sich wieder in Position, Squad 6. Die Leute das nicht auf diesem großen Sieg. Nein. Also das wäre immer mal was. Das Radio so offen zu platzieren, dass es keiner findet. Weil es jeder sieht. Next Level Strategie. Schätzbar, dass es einfach in den Gebäuden ist irgendwo. Wir waren in den Angriff über weit Osten. Moment. Radius im Beat. Lodgy fährt hinter den Panzern her. Kopi. Wir hatten hier Charlie parkiert. Ich vorhin. Schon ewig waren. Also Rambo, Schau mal, komm mal. Schau mal, das Radio ist doch auch schön. Ich bin südlich dran vorbei. Pass. Ja macht ja nichts, wir haben es gefunden Jungs, wir haben ja auch keinen Stress. Biene, versuch mal auf den Rest auf Military Housing anzufliegen. Acht, mach dich mal nach Westen. Biene, Westlich. Check. Wir müssen gleich mit heftigen Kontakt rechnen aus Süden Jungs. Und dann versucht er was auch zu machen. Weil wir cappen gerade wieder Hause. Das heißt, die nächste Flagge kommt direkt zu uns. Das heißt, wir richten uns dann gleich an der Straße aus. Das ist die Bravos. Guck mal, jetzt haben wir ja mehr. So, Bravos und die Charlies. Genau, wenn das Radio gleich im Blied ist, dann machen wir es so. Einmal hier hin, einmal hier hin. Für die Bravos, Charlies und da wollen Geld schützen wir uns zusammen. 10, kannst du zu mir kommen? Dann können wir direkt die Feinde überfliegen. Ey, 9 an 10, kannst du zu mir kommen? Okay, hat sich erledigt. Ach, da hast du noch Ressourcen in deinem Lodge, sonst könntest du kommen. Doch, doch, die kommen gleich. Stopp, die läuft fast. Military Housing ist gleich durch. Das heißt, hier ist die nächste Flagge. Das heißt, wir sind Gold richtig. Ja, ja, haus noch kurz Stoff. Draußen noch kurz Stoff. Wir sind zu uns, trainieren zu. Wir sind zwei Team, mit denen sitze ich am Teamspeak. Und wenn wir zusammenbleiben. Klar, dann ziehe ich den Stoffbärchen zu dir. Dann ziehe ich Baraks, aber nach Charlie. Dann haben wir auf jeder Seite einen Latt. Guck mal, falls da ein Fahrzeug kommt, könnt ihr raus. Bei wem ist der Kette? 8,5 von Military Housing. Lodge mit dem Pfad. So, Jungs. Hier, wir haben keine Feinde auf. Da darf ich, ich wiederhole, keine Feinde auf Refinery. Meine Jungs sind aber schon ausgerichtet nach Süden. Guck mal hier, Baraks und John Rambo. Komm mal mit mir auf die Flagge, dann cap'n wir schon mal an. Und der Rest guckt wirklich, dass er auf dem Marker bleibt, dass wir zumindest Übersicht haben. Falls wer da fallen kommt und wo. Wenn Squad 8 am 8er Rallye einen zum Speed bekommt, kann man den Lodge nehmen, aufladen, weil der 6er hat und runterfahren nach Refinery. Ja, sobald wir Kontakt haben, verlegt dann Charlie rüber. Aber wir brauchen zwei Leute zum cap'n. Wir cap'n Refinery mit einem Strich, wir haben nie keine Feinde auf der DEF. Ja, dann lass mal, Squad 8, lass mal dann deinen Leitantitank Rex nach West laufen und den Lodge da schnell nehmen. Ja. Klar, ich hab einen Hubschrauber angefordert, aber der Hubschrauber dachte sich auf Militärhausen zu platzen. Oder Bock, was fährt gerade auch an? Ich hab schon eine Lodge-Fahrer, wir fahren hier und baut eine Hubschrauber, aber der Rest nicht von neuem. Genau, die drei bleibt in der Cap'n Range, wir brauchen drei zumindestens Cap'n. Unterstützung kommt, das ist angefordert. Command kommt auch gleich, baut uns eine schöne Hubschrauber. Unser Medic ist da nur allein. Ja, Hauptsache wir haben Aufklärung. Nichts, aber auch nicht. Eben, solange nichts kommt, ist ja okay. Äh, ja, wir haben jetzt zusammen mit dem Hubschrauber, damit es dann aufgeregt, dass wir raussehen, dass es passieren kann. Oh, ich bin mit drei. Haben wir Kontakt? Habe ich das richtig verstanden? Ne, 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 ich hab schießen hören, das war relativ gut. Copy, sagt einfach, wenn ihr Kontakt habt. Kontakt, Richtung. Und feiert ihm am besten. Der BMP steht irgendwo in Bravo-Mark-Richtung. Copy. Ich sehe ihn nicht drüber, wenn wir mit. Gleich kommt ein, äh, gleich kommt ein, anders, friendly. Wenn er nicht gegen einen Baum fährt. Pst, haben wir aber nicht gesehen. Wir gucken schon weg. Genau, damit habe ich nicht gerechnet. Ist das ein Pfeil-Loggie? Nein, unser, 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 unsicher. Auf Bravo ist das nicht unser Loggie. Auf Bravo ist das nicht unser Loggie. Unser ist jetzt. Dann zusammenziehen und dahin. Guckt mal, dass die Bravos ausrücken. Da war ein Loggie geflippt, glaube ich. Copy. Da war ein Russen-Loggie vom Geräusche. Copy, dann geht mal rüber. Ja, Kontakt. Kontakt, Russen. Ja, noch, schon, Kontakt. Wir haben Kontakt. Wir haben Kontakt. Kontakt auf der neuen Angriffs-Dev habe. Hier ist ein guter Platz. Ja, missgemarked. Jetzt habe ich schon alles gemarkt. Hier kannst du auch super abhauen. Check. Ich cap mal mit einem Strich. Ja, das macht nichts. Wir haben den Cap gleich durch. Das sind schon mal 10 Server-Tickets. Südlich. Ich habe südlich. Copy, Rainbow. Südlich. Südlich, südlich. Copy. Ich guck mal kurz, wo du bist. Svensen lauf schon mal hin? Nee, das ist Friendly Loggie. Okay, Friendly Loggie. Eins, Achtung. Norris noch. MBT, Jo. Parkiert nach Audio. Ja, die haben gerade einen Loggie vor Launa auf Housing. Wahrscheinlich haben die gerade nichts. Das ist die Frage nur, wie die sagen, das Team braucht, um zu uns zu kommen. Copy. Ihr seid richtiger Abficker, Squadgeets. Was geht denn, Russ? Wie bitte? Was? Abficker? Ihr seid richtiger Abficker, Squadgeets. Ja, Arschficker, Squadgeets. So, hallo, ich war der, der hinten rein ist. Wie, ich hab es da. Jeder wie er mag. Ich lasse das mal so stehen. Weißt du, zwei Sorte diskutiert, so wie ich diese Scheiße habe, allein auf die Schaufel. Tja, ist doch schön. Ich habe heute keine Schaufel, ich bin neidisch. Weißt du, Kingsman? Überleg dir mal, die Squadgeets hätten eine Schaufel, wie OP wäre das denn? Refinallye. Mit zwei neuen Strichen jetzt 13% gecapt bisher. Also, die haben dann eine Hub gebaut. Zwischen haben bloß Panikartig, das spaziert, Reager steht weg da hin. Copy. Ja, und dank dir und Lob für die Hub. Steht genau da, wo die Feindhub stand, fast. Ja, wir cappen ja schön noch durch. Mit vier Strichen. Also, der Cap auf Refinallye geht durch. Feindhub ist markiert. Radio steht direkt daneben. Der Lodge ist wichtig, oder? Wahrscheinlich nicht. Ja, einfach draufballern. Ihr könnt ruhig nachspauen, Jungs. Tickets haben wir. Haben wir auch, ja. Am Rallye auch. Irgendwider Rallye. Wir haben beide Munitionen. Wir haben keine Ammo-Box. Der Lodge steht südlich jetzt. Ey. Ich bin okay, wir halten sie. Scheiße aus, dass sie nicht rumgeholt, dass sie keinen Bock stehen. Tja, du, du weißt doch, wie es ist. So ist es immer. Egal, was du machst, du machst es immer falsch. Das gehört zum Job dazu, als Schaufler. Genau wie als Squad Leader oder Commander. Ich will hier ja ein Schwerner-System, aber anscheinend spiel ich ja nur mit Frauen. Ich will hier, 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 da siehst du mal, der Unterschied ist gar nicht so groß. Meckern tun beide Geschlechter. Immer. Die können nicht anders. So Jungs, wir ziehen uns ab. Wir gehen schon mal Richtung Shipping Center. Kommand ich würde Richtung Shipping Center ziehen. Vielleicht haben die ja noch nichts. Kopiziert euch raus, Jungs. 8, 2, 6, ich brauche euch auf der DEF. So, unser Transpo ist immer schön, Jungs. Der Transpo rockt. Ich bräuchte nur noch einen Mg wie bei den Chinesen. Dann können wir anrücken, als wären wir mit einem Panzer. Schade, dass die anderen das nicht haben, ne? Tja, schade. Ich warte drauf, wenn die Deutschen kommen, dass wir da einen LKW mit Lafette haben. Da kommen wir erst gar nicht aus der Main raus. Da haben wir erst mal Reparaturarbeiten. Ja, der Lodji ist nach Süden gefahren, Command. Ich schätze mal, dass die dann nochmal versuchen, abzubauen. Aber das Radio und die Hub stehen direkt nebeneinander, mehr oder weniger. Ich kann es der Leiter nicht genommen erkennen. BTR Nordosten, Mittlere des Tages, nicht zu weit. Okay, Jungs, steigt ein. Könntest du welche aufladen, ja? Der Rest, der jetzt nicht mitkommen, der muss in der Defense bleiben. Ich muss die Lodji mit dem Lodji, der da ist, direkt ne, Attackball, genau. Krassos, du kannst ja da ein bisschen bleiben, die Feinde bekämpfen. Kannst ja nachher dann am neuen Rallye nachspawren. Sehr schön. Mach sie alle kaputt. Mach das Anti-Pflaster. Ja, der BTR sieht mich gerade, das wird ein kurzes, das wird ein kurzes Video gelesen. Achtung, wir haben fein, BTR fährt jetzt rein. Ich hab nur BMP, kein BTR. Kopie. Ich hab ja immer so oft, dass es in einem Schiss, dass es in den Russland rumredet. Fahr los, nach dem Süden weg. Das wird der Plan. Ja, ja. Markiere genau auf meiner Position, bitte den BTR. Kopie, mach ich. Ich bin neben mir. Ah, BTR. Ja. Ist immer noch der, vor der hier ist ein Baum. Ja, was denn nun? Einer sagt BTR, der andere BMP. Es gibt gar keine BTRs auf dem Layer. So, ja dann. Uff. Weiter, weiter. Ach so, schweißig. Ah, der trifft doch nichts. Der trifft nichts. Rechts, ab rechts. Nein, wir fahren genau in seiner Schusslinie raus. Der BTR ist auch süß-östlich gefangen. Hiiiiiii. Ah, die können auch alle nichts. Da gehen wir das Arsch noch mal kurz zu. Tja, du musst entspannen bleiben. Wenn es kommen, kannst du sowieso nichts machen. Ja, wird einfach nur schwarz. Panzer. So sieht's aus. Jetzt machen wir einen Motor aus, fahren da einfach dran als Objective. Weil er ist garantiert kein... Ja, ich kann euch schon wieder kennen, Alter. Dann schnell raus mit euch. Ja, ich kann nicht skatieren, ich zeig das Ding, ne? Shipping-Center hat keine Gegner. Ich wiederhole, Shipping Center ist free, cappen mit zwei Verteilt eure Shipping Jungs Genau, wenn der Rally down gehen sollte, einer zu mir Ich leg euch gleich einen neuen Rally Wir legen den schon hier hin Hobby, dann bleibt am Leben, zumindest einer von euch Ja, ich hab in 99 Sekunden, denk dran, ich hab da keine Barrax, mach mal Kopf runter Ja, ich weiß Ja, der ist bei uns Ist schon markiert Auf Shipping Center ist er Bleib einfach am Leben, Barrax Ja, und wir kriegen gleich eine Unterstützung Der MET ist noch in Ordnung, der hat geschossen auf mich Ja, Barrax, einfach am Leben bleiben Ich hab wie gesagt 120 Sekunden, solange müssen wir gucken, dass du dann langsam zu mir kommst 9, ist der B, B, akkurat? Ja, der steht direkt hier auf Shipping Center und hält meine Jungs drunten Der steht hier im Innenhof Du riskierst nicht, bitte Genau, du musst einfach nur zu mir kommen Sonst Lombrak Legen wir das Rally hier oben Ich hab sowieso noch cooldown, also Ja, ja, unser Panzer ist Unterstützung, der kommt, keine Sorge Ja, ja, unser Panzer ist Unterstützung, der kommt, keine Sorge Komm, Barrax, komm zu mir Krassus, kannst du ruhig nehmen, was ist denn für ein Vehicle? Brauchst du Muni? Achso, ist der Command-Duty Achso, wir haben keine Muni mehr da drin Na, das ist Emptiness Ist zerstört Komm mit Defense, die kriegst du wirklich nah ab Die Toten, ihr könnt gleich am Rally nachspawn Da, ja, komm ich jetzt als nächstes zum DMT Ne, der geht, fährt grad in die Main Verstanden So, Rally steht, Jungs Machen wir den Cap durch Weiß einer, wo das Fahrzeug hin ist? Ich hab kein Gesicht Probier Also normal nicht viel Fahrzeug ist rausgefahren Ich weiß nicht, wohin Ist auf jeden Fall Richtung Main gefahren Richtung Main Tja, ja, lasst euch Zeit, Jungs Ja, check Und Stoffi-Bärchen, ihr beide könnt da oben, ihr habt da Hab da gemeldet, da könnt ihr was machen Haltet die Feinde einfach fern Von unserer Raffinerie Gehört jetzt uns Wir wollen das, wir sind Amerikaner Der Amerikaner mag sein, will Was ist das denn für eine Treppe hier? Ich hab wieder eine Nummer 50 in der Überlieben können Hast du noch eine Art, die hier ist ein Shopping Center gebraucht Oder so? Ne, hier ist niemand Wir cappen mit einem Strich Ich warte nur, dass meine Jungs langsam rankommen Das war nur der BMP, der uns aufgehalten hat 1, 2, 3 1, 2, 3 Der BMP, der Feindhubschrauber ist Süd Wenn er landen wollen würde Ne, macht er nicht Tja, die wollen nicht mehr defensen Doch, wir haben Feinde, Klaus Da war Klaus Da ist noch mehr 2 down 2 down Feind kommt aus Süd, Jungs Augenmark Richtung Süd Aber bleibt in der Cap Soweit die Cap durch haben ist GG Das ist alles kacke Warte Ja, das ist der letzte Cap Die letzte Flagge Abladen Ja, macht ja nix Kannst ja einfach nachspawn Wir haben so viele Tickets Copy, Charlie Nein, leider weg, was doch vor Ja Pack ich meine Ammo Box hin Pack ich meine Ammo Box hin Copy, pack die Ammo Box hin Ammo Box da Jetzt hoffen wir, dass unten keine Schäden Dann heulen sie wieder rum Squadlet, wo ist meine Ammo Box? Ah, dann werden wir extra Ah komm, wir sind heute Gönner Wir stellen hier einfach ein schweres Mg hin, weil wir es können Oh, hier ist es noch höher Komm Stell dir hier einfach ein leichtes Mg hin, so Der Feind muss irgendwo von da kommen Du musst auf Luftfahrer, muss irgendwo ein Rally sein BMP muss sehr schön schießen Ja, BMP Richtung Main Aus Osten Ah, verstanden Ah, verstanden Komm hier, ist ein schweres Mg für dich Und weil du so hübsch bist, kriegst du direkt ein Meierchen nebendran Guck mal da Warte, wir machen ein schönes Meierchen Ja, da hat er sich mal in Ruhe, Achtung BMP kommt näher BMP kommt näher BMP kommt wieder Der will zu uns Achso, ja, Copy Der kommt in deine Richtung Der mag mich nicht Der mag mich nicht Glaube mich auch nicht Aber ich muss mich mal heilen hier Wieder freche Ballert der einfach in meine Richtung Was denkt der eigentlich Ich glaub ich hab mich erwischt Oder fertig Okay Tschühtje Jungs Tschühtje Tschühtje Ich hab's auf das Gnuss-Brockett gemacht, bis ich vorne bin. Ich muss auch nochmals machen. Hey, wenn du mehr Gameplay haben möchtest, schau unten links. Da hinterlasse ich dir eine Playlist. Viel Spaß, Piranha, auf und out.